Aspach, eine lebens- beziehungsweise liebenswerte Marktgemeinde inmitten des schönen Innenviertels. Im Gespräch mit Bürgermeister Mandl zum Thema Sicherheit, welcher in Aspach viele Facetten hat. Sicherheit für Leib und Leben durch entsprechende Förderungen für unsere Feuerwehren in die Ausbildung, in die Ausrüstung. Es ist gelungen in den letzten Jahren sowohl für die Mannschaften als auch für die Gerätschaften das Bestmögliche zu erreichen. Entsprechend wurden die Feuerwehrhäuser in Aspach und Wildenau neu adaptiert beziehungsweise errichtet mit natürlich den besten und neuesten Feuerwehrwägen. Sicherheit heißt aber auch Katastrophensicherheit. Wenn Menschen leben, dann wollen sie in Sicherheit leben. Da ist Hochwasserschutz für uns Priorität. Und das ist in beiden Orten Aspach und Wildenau inzwischen sichergestellt. Das heißt, man muss keine Angst mehr haben, von Hochwässern gefährdet zu werden. Und Sicherheit heißt auch, dass man möglichst nahe eine Polizeistelle hat. Auch das haben wir in Aspach nach wie vor sichern können. Also Sicherheit auf allen Ebenen. Eine sichere Marktgemeinde mit Blick in die Zukunft. Ganz kann ich sicher sagen. Ausbruch, das passt.